Gibt es Leben auf dem Mars? Hier sollte eigentlich eine Ausstellung stehen, die sich dieser Frage annimmt. Doch sie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Warum? Dazu später. Die Frage nach Leben auf dem Mars beschäftigt die Menschheit schon lange. Ende des 19. Jahrhunderts explodierten die Spekulationen über Leben auf dem Mars förmlich, als Astronomen mit Teleskopen angebliche Kanalsysteme entdeckten. Die Kanäle wurden als Beleg einer aktuellen oder vergangenen Zivilisation gedeutet. Später stellten sich diese als optische Täuschungen heraus. Endgültig zerstört wurde die Hoffnung, dass intelligentes Leben auf dem Mars möglich ist, im Juli 1965. Die Raumsonde Mariner 4 lieferte 22 Nahaufnahmen des roten Planeten. Danach war für die Wissenschaft klar, Marsmenschen werden wir keine finden. Die Suche verschob sich daher auf die kleinste Form von Leben, auf Mikroorganismen. Neue Hoffnung keimte mit den Viking-Missionen in den 1970er Jahren auf. Es gelang, zwei Sonden auf dem Mars landen zu lassen. Auch diese Missionen endeten aber mit einer Ernüchterung. Die teils widersprüchlichen Resultate ergaben keine klaren Hinweise auf Lebensspuren. Danach blieb es länger ruhig um den Mars. Der Elan war verpufft. Neue Diskussionen lösten Forschende der NASA aus, die Mitte der 1990er Jahre angebliche Spuren von Mikroorganismen in einem Meteoriten vom Mars gefunden hatten. Es handelt sich dabei aber nur um Indizien. Beweise fehlen. Die meisten WissenschaftlerInnen sehen heute in den angeblich biologischen Spuren lediglich Resultate von chemischen Prozessen. Aber die wissenschaftliche Debatte um Leben auf dem Mars ist wieder im vollen Gang. Marsmännchen erwartet niemand mehr. Die Frage lautet heute viel eher, gab oder gibt es auf dem Mars Mikroorganismen oder sonstige Spuren von Leben im Gestein oder in der Atmosphäre? Anfang der Nullerjahre wird von der Europäischen Weltraumorganisation das Raumsondenprojekt ExoMars ins Leben gerufen. ExoMars begann als rein europäisches Projekt und wurde im Laufe der Jahre mehrfach wesentlich verändert. Als die NASA wegen Sparmaßnahmen ausstieg, sprang die russische Weltraumorganisation Roscosmos als Projektpartner ein. Herzstück der Mission ist der Rosalind Franklin Rover. Es handelt sich dabei um ein hochtechnologisches Fahrzeug, welches den Untergrund des Planeten auf Lebensspuren absuchen soll. Es waren Schweizer WissenschaftlerInnen, die eines der neuen Instrumente des Rovers initiiert und entwickelt haben. CLUPI, Close-Up Imager, ist ein miniaturisiertes Kamerasystem, um mit hochauflösenden Nahaufnahmen nach biologischen Strukturen und Mustern zu suchen. Der Vater von CLUPI ist Jean-Luc Chausset vom Space Exploration Institute in Neuchâtel. Wir sagen, wir sagen, es ist ein Appareil photo, die vielleicht nicht super-sophistisch ist, wie ein Appareil photo, du commerce, aber es ist wirklich gedauertes. Es ist wirklich gedauertes an der Exploration, ich würde sagen, sogar martien. In der Definition der Mission ist, wir haben die Möglichkeit, zu creusen den Boden und zu lösen, zu lösen und zu lösen, zu lösen, zu lösen, zu 2 m mètres. Und das ist die Idee, die Möglichkeit, ein Instrument zu lösen, 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 zu lösen. Als Experte für Biosignaturen, für Spuren des Lebens in Gesteinen, ist Beda Hoffmann ebenfalls Teil der internationalen Exo-Mars-Mission. Er leitet die Erdwissenschaften im Naturhistorischen Museum in Bern. Das Exo-Mars-Projekt begleitet mich jetzt schon recht lange, ungefähr zwei Jahrzehnte, kann man sagen. Eigentlich bin ich dazu gekommen, über unsere geologischen Sammlungen. Denn in diesen Sammlungen hat es Objekte, die sich als sehr interessant herausgestellt haben, als mögliche Spuren, wie man auf dem Marsaar nach Leben suchen könnte. Und zwar handelt es sich hier um sogenannte Sumiphos, wenn ich diese Strukturen nenne. Das sind eigentlich fossilisierte Mikroorganismen, die ursprünglich tief im Erdinnen, also bis hunderte Meter oder vielleicht sogar Kilometer tief unter der Erdoberfläche gelebt haben. Das sind Strukturen, vor allem, die entstanden sind aus der Versteinerung von fadenförmigen Bakterien oder anderen Mikroorganismen. Die sind dann umgekrustet worden von Mineralien und sind so erhalten geblieben. Und ich vermute, dass gleichartige Strukturen eigentlich auch auf dem Mars könnten vorhanden sein. Also wenn man weiss, wie die Strukturen auf der Erde aussehen, kann man sich das als Vorbild nehmen oder als Idee, nach was man auf dem Mars auch suchen könnte. Ich glaube, dass sich die Welt auf dem Mars zu entwickeln hat und sich auf dem Mars zu entwickeln hat. Ich glaube nicht, dass wir die Welt auf dem Mars finden, mit ExoMars zu finden. Denn wie ich sagte, wir gehen in Formen, wir gehen in Formen sehr punktuellen. Wir gehen einmal, sechsmalen, wenn alles gut geht. Das ist ein bisschen, wenn man auf der Erde kommt, dass man auf der Erde kommt, dass man auf der Erde kommt, dass man auf der Erde kommt, wenn man auf der Erde kommt. Man kann also vorstellen, dass mit einem einzigen Punkt es schwierig wäre. Aber das ist nicht contradictorisch. Für mich gibt es eine Möglichkeit. Und das bedeutet wirklich, diese Möglichkeit zu testen. Denn wenn man nichts macht, dann wird man sicher keine Antwort geben. Interessant ist noch der Aspekt, dass es nicht unmöglich ist, dass Mikroorganismen als blindes Passagier auf Meteoriten vom Mars zur Erde geflogen sind. Immer dann, wenn ein grosser Meteorit auf dem Mars eingeschlagen ist, sind ein Stück Marsgestein weggeschleudert worden. Und auch wenn nur wenige von denen auf der Erde landen und wenn auch noch in seltenen Fällen vielleicht ein Mikroorganismen den Transfer überlebt hat, ist es doch nicht auszuschliessen, dass das Leben auf der Erde eigentlich ursprünglich vom Mars stand. Und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, wenn man Leben auf dem Mars findet, dann zu schauen, hat es eine Ähnlichkeit mit dem Leben auf der Erde oder ist es etwas völlig anderes, das sich unabhängig entwickelt hat. Nun ist die Suche nach Leben auf dem Mars aber jäh gestoppt worden. Gestoppt vom Weltgeschehen. Bekanntlich hat die westliche Welt aufgrund des Angriffs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Russland erhoben. In der Folge beendete die ESA die Kooperation mit Roskosmos an diesem Projekt und schloss damit einen Start 2022 aus. Und auch unsere begleitende Ausstellung kann deshalb nicht stattfinden. September 2022 war der Start von dieser Mission, wo man gehört hat, dass sie nicht stattfindet, ist natürlich bei mir und bei allen beteiligten Wissenschaftlern eine grosse Enttäuschung gewesen. Am 24. Mai 2022 waren wir im Test in Turin. Es gab ein paar Russen, die auf der Plattform waren, in der gleichen Zeit als wir, um die Elemente zu arbeiten. So wie das jetzt aussieht, wird die Mission eine Verzögerung von sechs bis acht Jahren erleiten. Das bedeutet, dass der Start nach meiner Pensionierung stattfinden wird. Ich werde trotzdem hoffentlich meine Expertise und mein Know-how einbringen können. Ja, aber es ist natürlich schon eine ganz andere Situation, als wenn man aktiv direkt vor Ort als im Kontrollzentrum könnte, einen Einfluss auf die Mission haben. Wenn wir in eine Perspektive 2028 haben, dann haben wir vielleicht ein bisschen Zeit, um etwas zu verbessern, um etwas zu verbessern. Denn die Technologie evolue. L'Homme ist nicht sehr viel. Wir haben immer den gleichen Problemen, mit Macht, mit Krieg. Was mir positiv ist, ist, dass die Mission, jeder will, diese Mission, die Menschen weiterentwickeln, die Menschen weiterentwickeln. etc. Und was wird diese Mission machen? Die Frage ist tatsächlich, dass sie noch immer patient sind. Das Rätsel bleibt ungelöst. Vorläufig. Die Suche nach Leben auf dem Mars geht weiter. 7,5- fünf- bis nach 8,5- 9,5-6-8-7,7-9-6-7,6-0-6-7,6-8-7,6-7-7-6-7. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020